Hallo zu diesem ganz besonderen Vlog heute. Ich bin so aufgeregt. Also heute, aktuell, wenn ich dieses Video drehe, bin ich in der elften Schwangerschaftswoche. Es geht voran, es geht so schnell dieses Mal. Und da Justus und ich unsere Schwangerschaft gerne ab der zwölften Schwangerschaftswoche verkünden möchten, müssen wir natürlich vorher noch unseren absolut wichtigsten Menschen auf dieser Welt das noch mitteilen. Und das sind natürlich unsere drei Kinder, die große Geschwister werden. Oh ja, ich bin so aufgeregt. Also aktuell wissen sie es nicht, also sie ahnen auch nichts. Natürlich freuen sie sich schon die ganze Zeit, seitdem wir den Kinderwunsch geäußert haben, auch schon darauf, dass es bestimmt irgendwann ein Geschwisterchen geben wird. Aber sie sind ebenfalls auf dem Stand, dass das Geschwisterchen eben noch ein bisschen dauern wird. Und dass wir erstmal den Hausumbau abwarten, die Umzüge abwarten etc. Jetzt ist das ja alles so ein bisschen anders gekommen. Früher, viel früher, als wir eigentlich selbst gedacht haben und selbst geplant haben. Und deswegen glaube ich, werden sie überrascht sein. Also sie ahnen es wirklich nicht. Ich habe jetzt extra nochmal neue Tests gekauft. Ich habe mir nämlich ganz lange überlegt, wie sagen wir es den Kindern? Es ist so schwierig. Ich wollte sie jetzt nicht einfach so vor vollendete Tatsachen stellen, weil sie ja wirklich die ganze Zeit so sehr mitgefiebert haben. Gerade Clara, aber Johann und Elisa auch total. Sie reden von nichts anderem als einem Geschwisterchen. Deshalb dachte ich, ist ja das eigentlich Spannende bei einer Schwangerschaft der Schwangerschaftstest. Und ich dachte, ja, wir machen den jetzt einfach zusammen mit den Kindern. Und dann müssen wir ja warten, weil das ist ja dieser eine, der dann irgendwann anzeigt mit dem Wort schwanger oder nicht schwanger, dass das dann vielleicht, ja, eben diese ganz besondere Überraschung sein wird. Also ich hoffe, es klappt dieses Mal. Du weißt, beim letzten Mal hat das Ding nicht funktioniert. Aber ich habe mir jetzt wirklich extra nochmal einen neuen gekauft. Und ich hoffe, dass dieses Mal nächstes zwischenkommt. Ansonsten habe ich noch, wie gesagt, wieder analoge Schwangerschaftstests. Ja, also ich nehme dich so ein bisschen dabei mit heute. Ich will das unbedingt festhalten für uns als Erinnerung. Und ich werde sagen, wir legen los. Das kann losgehen. Justus ist eingeweiht, die Kinder nicht. Die wissen nur, dass wir jetzt, ja, eine Überraschung haben. Das habe ich Ihnen schon gesagt. Aber sie wissen nicht, was genau. Also deswegen, drückt mir die Daumen, dass das jetzt alles klappt. Und ich freue mich so sehr darauf, das Ding gleich zu sagen. Es war die ganze Zeit schon so zu Hause. Eigentlich Justus und ich, oder wir alle, wir reden eigentlich immer über alles. Nur das war wieder so, das Geheimhalten. Ganz schlimm. Okay. Hi. Und die warten da schon so. Ja. Was stehen die denn da? Was ist die denn? Ich habe die Überraschung schon verraten. Justus. Ja. Aha. Es geht um ganz viel Schokolade, ne? Schokolade. Yeah. Schokolade. Und Panken. War tatsächlich schwierig, ne? Für Justus. Nein, das ist, äh... Und so. Ja, habe ich es nicht... Das ist ein Schokoladenmund. Müsst ihr jetzt mal drauf. Eigentlich habe ich es nicht behalten. So, das soll ich ihr verraten. Aber keiner hat es wieder. Nein, 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 nein. Schokolade hat es Klara gehört. Da kommt sie direkt angehört. Ich auch. Komm, Lisa, mach mir erst mal deinen Mund noch sauber. Wer ist denn hier aufgeregt? Ich. Wer ist denn hier aufgeregt? Ich. So, dann setzt euch mal alle ins Wohnzimmer, denn wir müssen Familienrat halten. Ich habe aufgeregt. Ich nehme das schon mal mit. Ich verstecke das aber noch irgendwie. Wie mache ich das denn jetzt? Hinterm Rücken. Habt ihr euch alle hingesetzt? Ja. Gut, dann komme ich jetzt auch. Nicht gucken. Nicht gucken. Los. Nein, 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 nein. Also, ihr seid echt schlimm. Ich muss gucken. Ihr seid so schlimm. Also, ihr klappt... Nein, Elisa nicht. Elisa kam zu Papi. Elisa. Ja, Papi ist so. Okay. Okay, also, ihr lieben Kinderlein. Wo fange ich jetzt an? Nein, Joachim. Es ist kein kleiner Welpe hinter meinem Rücken. Oh. Okay. Ich will mal. Es ist kein lebendiges Tier, okay? Okay. Außer, sonst hat man auch wirklich so eine Überraschung, ne? Also. Ja, also, 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 zeig die kleine Katze. Bin aufgeregt. Nein. Also... Doch, Welpe. Ja. Mami und Papi möchten heute etwas mit euch machen. Und zwar wisst ihr ja, dass wir uns nochmal ein Kind wünschen. Ja. Noch ein kleines Geschwisterchen für euch. Und das ist ein Baby. Das ist dann ein Baby. Baby. Genau. Und jetzt ist es soweit, dass wir gucken können oder testen können, ob schon ein Baby in Mammis Bauch ist. Und Clara? Mhm. Du weißt ja, wie das geht, ne? Wir haben ja zusammen mal sowas ausgepackt. Weißt du noch, was wir da ausgepackt haben? Also, richtig viele Babysachen, also, wo man gucken kann, so, Mama-Tee und so. Genau. Mama-Tee, genau, stimmt. Das habt ihr zusammen aufgemacht. Und zwar ist das das hier, ne? Das ist ein Schwangerschaftstest, den man macht. Das heißt, wenn man, also... Elisabeth kennt mich nicht. Was? Elisabeth weiß gar nicht, was es ist, aber... Also, boah. Keine Schokolade. Nein. Also, wie geht das nochmal? Weißt du das noch, Clara? Oder soll ich das nochmal erklären? Nochmal erklären. Okay, also, Mami muss jetzt gleich Pipi machen. Genau. In ein kleines Döschen. Und das testet dann, ob Mami schwanger ist, oder? Also, in deinem... Ich hoffe, das ist 1050%. Ja, das brauchen wir auch, dass das funktioniert, ne, Justus? Also, das wird dann gleich da draufstehen. Du kannst das aber auspacken, Clara. Ich will das auspacken. Du willst das auch auspacken? Na, warte mal, lass mal die Clara. Ich zeig euch mal, ich geh zu den kleinen Ratschelings. Da. Der gehört mir. Also, müsste sozusagen die Wärme. Hormone. Hormone sind da drin. Ja. Okay. Oh, okay. Da sind, genau, da sind zwei Tests drin. Genau, packen wir aus. Ja. Also, Clara hat jetzt den elektrischen. Da wird dann auf dem Fenster dann stehen, schwanger oder nicht schwanger. Okay, dann ist kein Baby. Schwanger, schwanger, schwanger. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Und Johann hat den anderen Test. Der zeigt dann Striche an. Wie lange es noch dauern würde. Nee, der zeigt dann auch Striche an, ob schwanger oder nicht schwanger. Wenn es zwei Striche sind, dann ist schwanger. Sieht man denn, ob es Striche sind? Hier ist auch noch was drin. Da kommen dann die Striche. Okay, wenn es zwei Striche sind, schwanger. Wenn nur ein Strich ist, ist es nicht. Okay? Dann machen wir jetzt den Test zusammen, okay? Okay. Okay. Also, es muss nur eingetaucht werden. Also, der Deckel erst abnehmen. Dann, wenn es eingetaucht wird. Dann eintauchen. Und dann müssen wir warten. Weil das dauert dann immer so ein bisschen. Hier ab und dann rein tauchen. Genau. Und dann dauert es, müssen wir ein bisschen warten. Ein paar Minuten und dann sieht man dann die Striche. Oder nicht. Kein Baby. Schwanger, schwanger, bitte schwanger. Ich will meinen Kindern Sprüderchen oder... Wollt ihr das eintauchen oder wollt ihr das eintauchen? Ich. Ich. Ja? So. Du sagst los. Nee, warte. Ich will mit dabei sein. Okay, dass wir mit dabei sein. Aber das schwanger steht ja nicht. Das dauert eh noch. Also, wir müssen das erst mal eintauchen. Guck, wir machen das jetzt ab. So, und dann tun wir das so rein. Genau, tun wir mal richtig rein. Warten mal zehn Sekunden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. So, jetzt mache ich den Deckel wieder drauf. Jetzt müssen wir das hinlegen und warten. Okay? Hier machen wir das auch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Oh, da ist schon was. Dann läuft die Zeit. Jetzt müssen wir warten. Das dauert mal. Das ist ganz lange. Da ist schon der zweite Punkt. Wir brauchen nur noch den Elf. Es blinkt. Okay. Ich will mal zeigen. Also, wir warten jetzt, solange es blinkt. Da ist schon mal ein Strich. Das heißt, wir müssen jetzt auf den zweiten Strich warten. Richtig? Ja. Wenn er überhaupt... Äh. So sieht das aus jetzt hier gerade. Mhm. Ich glaube, hier kommt nix mehr. Komm nix mehr? Wir müssen jetzt warten. Was dauert immer so zu? Also, damit soll ein Wort kommen. Entweder ein Wort schwanger oder zwei Worte. Ich hoffe, da kommt mein Bieter. Und dritter Strich. Und wenn das mein Pfarrer... Oh, oh, vier, drei, drei, drei. Oh, gleich ist es. Gleich ist es so weit. Schwanger! Neri! Äh, aber was, wenn das gar nicht stimmt? Weil du musst dann... Jetzt muss man noch... Ja, auf dem zweiten ist es auch schwanger. Ah, okay. Ja, jetzt ist das auf dem zweiten auch. Jetzt? Okay. Du bist schwanger. Das heißt, das vierte Kind ist unterwegs. Mami hat ein Baby im Bauch. Und woran kann man sehen, ob es jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist? Mami hat ein Baby im Bauch. Ist das gut, Elisa? Jetzt ist es wirklich so. Elisa hat ja schon immer so... Ist bei dir ein Baby im Bauch? Ist ein Baby im Bauch. Aber wir wissen noch nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Das wissen wir noch nicht. Und wieso? Dann müssen wir noch warten. Das Baby ist noch ganz, ganz klein. So. Jeden Tag wird so. Genau, so klein ist das Baby. Also das sind keine falschen Sachen mehr. Es wächst immer so. Und wenn wir die Beine sehen von dem Baby, dann haben wir den Baby gesehen. Ah, okay. Wenn wir die Beine sehen, dann haben wir das Baby gesehen. Und doppeltest. Beides verstanden. Und kümmert ihr euch auch dann? Hm. Ja, Elisa auch? Was machst du denn für das Baby? Ja, aber es ist immer noch sehr, sehr schlau. Willst du dich? Ja. Ja, da kümmerst du dich auch? Da steht es also tatsächlich. Da steht. So sieht das dann aus. Ja, du musst dich auch kümmern. Ich muss mich auch kümmern. Ja, du musst dir ganz viel kümmern, ja? Also, jetzt ist es auf jeden Fall. Das war mir halt wie wir im Bauch haben. Das heißt, bald sind wir zu sechs. Vier Kinder. Ich dachte gerade, vier Kinder in deinen Bauch. Nein, eins rein. Ich dachte gerade, vier Kinder im Bauch. Nein, nein, nein. Ein Kind im Bauch. Das ist gut, ja. Ich glaube, das wird dann wie... Beides sagt das Gleiche. Deswegen ist es wirklich so. Ja. Und wenn es nur einer gesagt hätte, wäre es... Oh. Und dann würde es... Oder würde es ein Mädchen. Oder ein Junge. Ja. Ihr könnt euch schon mal einen Namen ausdenken. Wie soll er heißen? Kommst du am Team, wenn er ein Junge ist. Und wenn er ein Mädchen ist, dann soll er jetzt heißen wie mein Freund. Wie deine beste Freundin. Absolut. Du werden den Namen ausgesucht. Okay. Gute Idee. Also, du siehst, wir haben ganz viel Redebedarf jetzt. Ganz viel zu planen. Und jetzt die Nachis. Jetzt könntest du auch die Nachis wie die eigentliche Überraschung machen. Ich habe noch Schokolade versprochen. Das ist am besten als Schokolade. Wir verabschieden uns. Schokolade. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Schokolade. Ich krieg Schokolade. Ich kriege Schokolade, Elisabeth. Ich kriege Schokolade.